Hey Leute, willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Wir haben die Mitarbeiter von Ace Chemicals gerettet und nun müssen wir zurück zu Chief Gordon. Mal sehen, wie es weitergeht. So. Oha. Kriegst du das wieder hin, Kumpel, oder muss ich das selber nachhelfen? Äh. Alles klar. Äh, jetzt mal ernsthaft, ich... Wie bist du hier runtergekommen, wenn... Achso, na, ich hab die falsche Taste schon wieder. Meine Güte. Ich drück immer die falsche Taste. Topzala. Warte. Achso, ich muss ja vielleicht... Ja. Wie wär's so? Er bewegt sich? Wie machst du das? Ach, egal. Ich bin nur froh, hier auszukommen. Ja. Wie, wenn auch nicht so. Ich dachte eben schon, warum kann ich das Bett... Ob hier nicht rufen. Ich muss halt erstmal wieder die Steuerung auf die Kette kriegen. Nicht ganz so leicht, ne? Komm, Kumpel. Waffensicherung deaktiviert. Da komm schon, du Held. Seh mir doch mal, dass du mithalten kannst. Oh Gott. Ja. Erstmal die Fahrzeuge hier zu schießen, ne? Wo bist du denn? Du hast dein Biss noch nicht verloren. Gut. Das macht die Sache doch sehr viel interessanter. Komm schon, bieten wir einen richtigen Kampf. Mach ich doch. Oh. Und geschossen. Ich wünschte, ich könnte dabei sein. Doch dann würdest du nicht mehr zurücknehmen. Na komm. Yeah. Das war's, du Penner. Nicht besonders gut, aber... Du hast noch nicht gewonnen. Heute Nacht bezahlst du für alles. Mhm. Scarecrow bereitet die Bombe in der zentralen Mischkampf vor. Ich brauche einen Weg rein. Und zwar jetzt. Ich arbeite dran, aber es wird ein paar Minuten dauern. Finde ihn, Barbara. Geduld ist ergetunend. Schon mal gehört, oder? Anscheinend nicht. So. Ein bisschen kompliziert, das mit dem Batch-Mobil, aber es geht. Es ist so cool einfach. Diese beiden hatten Glück. Scarecrow's Männer haben die anderen Arbeiter getötet. Mist, Kerle. Bring sie aufs Revier, aber sei vorsichtig. Die Milit ist überall in Kaffee. Was willst du machen? Oracle, ich brauche einen Weg zu Scarecrow. Wir haben keine Zeit. Das wird dir nicht gefallen. Es gibt nur einen Eingang, und der ist von innen versiegelt. Was ist mit dem Wartungstunnel? Er verläuft hinter der Hauptwand der Einrichtung. Ich schicke dir die Position. Was hast du vor? Improvisieren. Oha. Lass mich raten, ich solle jetzt durchrasen? Aber wie mache ich das? Oder ich schieße es einfach zu klumpen? Ja, das geht auch. Ah, vielleicht sollte ich mich da hochschießen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Einfach reingleiten. Hui. Cool. Hätte ich hier auch mit dem Bettmobil reinkommen können, über diese Sprungchance? Ich glaube ja nicht. Ohne das Auto komme ich nie an den Panzern vorbei. Oh. Na klar, das war mir irgendwie schon klar. Ich muss mich da irgendwo hochziehen an der Seite, oder? Ja. Vielleicht hier nochmal mit dem Kran. Warte. Ist das Einsatzteam bereit? Ah. Ich bin jetzt bei. Das ist ein wichtiger Teil meines Plans. Enttäusche mich also nicht. Ich enttäusche niemals. Na, das war ja einfacher als gedacht. Ich weiß, was Sie vorhaben. Zuerst müssen wir uns aufs Geld verprozertieren. Dann kümmere ich mich um den Neid. So. Uhu. Das ist so cool, mit dem Bettmobil hier rumzuheizen, Leute. Sag mal, was hält das Ding dann aus? Richtig so. Das war das mal ein bisschen schneller. Ich habe eine Schwachstelle in den Drohnenpanzern entdeckt. Ich überprüfe das und melde mich dann. Das ist nett, Barb. Das ist nett. Ja. Das Wachgeschütz gibt den Soldaten Deckung. Ich muss sie schnell ausschalten, um unentdeckt zu bleiben. Aber er flert einen Panzer. Ein Auto. Das wie ein Panzer aussieht. Wir sind die beste Armee, die es je gab. Während er nur ein einzelner Mann ist, soll er ruhig kommen. Mit seinem Panzer. Wir haben hunderte davon. Er ist ein Mann. Wir sind tausende. Er ist gut. Wir sind besser. Hättet ihr gerne, ja? Das ist so schön. Ach du Scheiße. Ist das geil. So. Wie komme ich jetzt da weiter? Ich muss... Was nehme ich denn? Ich lasse es mal. Explosivgeld ist ja egal. Ach guck mal, da ist ja ein Schalter. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Ja, ja. Kann ich da irgendwas machen? Oh. Oh, oh. Die Kanone... Ah. Ich dachte schon. Gut. Es macht so einen Spaß, Leute. Es ist so gut. Diese ganzen Gadgets und es ist so flüssig und... Ich habe ja schon gelesen, dass es leider sehr schlechte Rezensionen bekommen hat. Wegen der Technik. Wir sind wieder auf dem Revier, weiß Gott wie. Hier sind überall Panzer. Die Bastarde müssen das seit Wochen geplant haben. Haltet die Stellung, Jim. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Explosion gestoppt habe. Wir zählen auf dich, Batman. Wir stehen das durch, da bin ich mir sicher. Also los! Mhm. Yeah. Ich will das Ding einfach mal herrufen, kann. Es ist so schön. Oh. Na gut, dann muss ich halt wieder raus. Wir haben keine Chance. Ich bin Batman. Batman. Hallo. Bam. Nein. Nein. Ja, auch mit deiner ersten Hilfe, du. Oh, das war's schon. Schade. Was ist denn hiermit? Okay. Was ist denn mit diesen blauen Dingern da los? Hä? Das war jetzt echt schon der... Das kann es doch nicht gewesen sein. Sind die alle K.O.? Okay. Ich bekomme aber keine Erfahrungspunkte. Warum das denn? Ist ja schade. Aber es macht trotzdem Spaß. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutze. Jo. Achso. Ich muss das hier noch öffnen. Oder? Ach, den Batman schleudert. Ja. Wee. Bist du gut? Ich habe eine Simulation auf Basis der Mischkammer-Kapazität laufen lassen. Er blöft nicht, Bruce. Jetzt wissen wir, warum er die Stadt entwickeln ließ. Er musste die Fabrik unter seine Kontrolle bringen. Nur in den Anlagen von Ace Chemicals kann man eine solche Pumpe bauen. Der Fallout wird gewaltig sein. Wir haben ihm sogar geholfen. Es war ihm egal, ob alle fort sind. Er wusste, dass niemand dem Explosionsradius entkommen würde. Mein Reich verwandelt. Ich muss die Verladung der Chemikalien in die Mischkammer schalten. Sobald der Raum gesichert ist, kann ich versuchen, die Explosion zu verhindern. Hm. Kann ich den auch leise aus... Na gut, durchs Fenster wird ein bisschen schwierig, leise auszuschalten, oder? Lass dich im Ekalien schön fließen. In der Welt ist eine Tower-Dame. Das ist schwer. Na, doppel ausschalten geht das? Na dann. Oha. Das sollte mich beeilen vielleicht. Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Ja, ja. Wo seid ihr? Nehmt dem Einlassventil. Wir können nichts wie ihn tun. Wir verteilen unseren Nebenwachen. Schlafen. Das ist heftig. Ich muss mich ja echt beeilen, glaube ich. Machst du mal. Mach's kaputt, bitte. Batman, sei so gut. Danke. Danke. Oh. Muss ich euch daran erinnern, dass wir einen strengen Zeitplan einhalten müssen. Gotham wird dafür bezahlen, was sein Retter mir angetan hat. Ja, du heulst wieder rum, Scarecrow. Weißt du, dabei bist du immer selbst für deine Taten verantwortlich. So sieht's aus, Kumpel. Da kommt Kleiner. Notfall. Explosionsradius bei 31 Meilen und Anstrengung. Bamm. Angst. Die Angst besiegt euch. So, und jetzt? Was tun, was tun? Offensichtlich ist der Chemikalienfluss zum Erliegen gekommen. Was nur bedeuten kann, dass du hier bist, Batman. Auf unser Wiedersehen. Habe ich mich schon gefreut. Das war jetzt nicht sehr, äh, elegant, aber... Naja. Zwei Punkte. Ne, da spare ich noch ein bisschen. So, und du? Wo müssen wir hin? Hm. Wo müssen wir denn hin? Ich hab doch alles beendet hier. Ich weiß, dass du da draußen bist. Die Tür ist offen. Ach, ist das so, ja? Haben wir denn irgendwo eine Karte? Ach, da ist die Karte. Und wo müssen wir jetzt hin? Hinteres Gare Crow daran, Ace Chemicals zu sprengen. Missionsstil vielleicht. Wenn ich halt wüsste, wo das sein soll. Hm. Hm. Ich hab ja auch keinen Kompass mehr. Hier war die Eingangstür. Ach, tu ich das, ja? Wo denn, Scarecrow? Wo denn? In der Mitte? Ja gut, wahrscheinlich da, wo die Tür war, ne? Wo ist denn die Tür? Oh, erstmal hier alles auf, oder? Ne, warte, hier ging's gar nicht mehr natürlich. Ja, ich komm doch schon, das ist eh ne Falle, Scarecrow. Das wissen wir alle. Was ist das denn hier? Ach, das sind Waffen. Na gut. Puh. Glaubst du wirklich, du hast gewonnen? Angst macht dich vorhersehbar. Ich habe die vollständige Kontrolle. Wie schalte ich ihn ab? Lass mich gehen, oder sie stirbt. Lass mich gehen, oder sie stirbt. Wovon redest du da? Barbara Gordon. Hast du ihn gefunden? Los, raus da! Sofort! Nichts schmerzt so, wie ein Familienmitglied zu verlieren, und nur sich selbst die Schuld geben zu können. Oh, altes Penner-Gesicht. Ich habe gehört, was dieser Wahnsinnige zu sagen hatte, Sir. Ich habe versucht, es gott, äh... Erfolg. Versuch's weiter. Achtung, Explosion steht kurz bevor. Oh nein. Ich höre hier im Bettpobil irgendwas. Achtung, Explosion steht kurz bevor. Nööööö. Ja. Neutralisierungsmittel wird vorbereitet. Was tun Sie? Sie können es nicht mehr aufhalten. Ich weiß, das versuche ich auch nicht, aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Und was wird aus Ihnen? Nebensächlich. Finde Sie, Alfred. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Okay. Oha. Diese Kanister sind hochexplosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie. Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie. Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte. Oha. Du musst wirklich langsam machen, du. Oh Gott. Oh Gott. Was? Oh Gott, kurz, kurz, kurz. Schnell. Ein Hammer. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 25% reduziert. Wo ist sie, Alfred? Ich weiß es nicht. Das ist allein meine Schuld. Sie war sich der Risiken bewusst, Master Blues. Sie wird so wütend sein, wie Sie, das zugelassen zu haben. Sir, hören Sie mir zu. Verstehen Sie nicht, dass er genau das möchte? Ohne sie ist Kortzermin ausgeliefert. Das dürfen Sie nicht zulassen. Schön vorsichtig. Zwei haben wir. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 50% reduzieren. Ich überwache die Einrichtung. Sie haben keine Zeit mehr. Ich fliehe Sie an. Gehen Sie. Das hast du mir beigebracht. Das Richtige zu tun. Nur das zählt. Master Blues, ich fliehe Sie an. Sie müssen da sofort raus. Wenn es um Miss Gordon geht, Sie tragen keine Schuld an. Bitte retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Natürlich tut Batman das. Natürlich. Würde er es nicht tun, wäre er nicht Batman. Okay. Komm, einen noch. 100% schaffen wir. Vielleicht. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um Einklausung wird vertreten. Bitte was? 1000% erhöht? Hast du mich vermisst? The fuck? Und damit endet dieser Part. Ich freue mich wie immer über euer Feedback. Ich danke schon mal für die Likes. Und wir sehen uns wieder zu Batman Arkham Knight.